Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich habe einen übergroßen Kopf. Und zwar stelle ich euch heute ein großes Update auf meinem Server vor und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ja, wir sind gerade in der Lobby von meinem Server. Wie gesagt, wir suchen immer noch Bilder. Also einfach bei Skype oder Discord bewerben. Wir haben momentan halt noch nicht alle Maps selber gebaut. Aber naja, wir sind hier wie gesagt auf meinem Server und es gibt ein großes Update. Und zwar fällt euch vielleicht schon auf, wenn ihr meinen Server schon vorher kanntet. Rechts gibt es jetzt ein Scoreboard sozusagen. Mega, mega cool. Da sehen wir schon Rang, Owner und unsere Coins und in welcher Warteschlange wir sind und bald die Clans, die bald kommen werden. Ja, aber wir haben hier noch ein Gadgets-Menü. Erstmal in der Lobby, das ist so das Größte, was rausgekommen ist. Und zwar können wir uns unter diesem Gadgets-Menü alle möglichen Sachen kaufen. Wir können uns einmal hier die Köpfe, einen Kopf von mir kaufen und einen Kopf von Voldexe oder noch ein paar Köpfe von so größeren YouTubern halt eben. Und dann haben wir hier noch Haustiere. Dort gibt es ziemlich coole Haustiere so. Der Enderdrache, der funktioniert gerade irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Dafür können wir aber die anderen Pets hier spawnen. Also sonst funktionieren alle halt. Kann man hier auch drauf reiten. Mit Blaze kann man natürlich logischerweise fliegen, weil Blaze halt eben fliegen kann und so. Ja, sonst was kann man noch machen. Okay, da brauchen wir ein bisschen, um runterzukommen. Ähm, man kann ihn auf den Kopf setzen und man kann ihn natürlich umnennen. Das gibt es aber erst später. Also demnächst halt. Ähm, ja. Also ist noch alles momentan. Ähm, ein paar Sachen gibt es halt noch nicht. Ja, also sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus hier so. Haustiere Blaze. Sieht auf jeden Fall nice aus. Und ja, das Nicto gab es halt schon vorher so. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in eine Warteschlange reingehen, gehen wir nochmal hier zum Beispiel in Speed FFA rein, dann sehen wir auch unter Warteschlange direkt Speed FFA. Ja, das heißt, das Ganze ist ein bisschen übersichtlicher. Das heißt, man weiß direkt, in welchen Server man gegangen ist. Das ist ein bisschen übersichtlicher, weil wir haben ja so ein Warteschlangensystem, dass das Ganze nicht, ich mach mal hier ein Joy-Me, dass das Ganze nicht, ähm, nicht so leckt und so, haben wir so ein Warteschlangensystem. Das heißt, wenn man dann auf den Kompass klickt und dann in einen Spielmonos reingeht, da dauert das ein bisschen, bis man dort reingejoint wird halt eben. Über das Joy-Me kann man, soweit ich weiß, sogar direkt reinjoinen, aber über die Warteschlange halt nicht. Und, äh, da haben wir das Ganze jetzt ein bisschen übersichtlicher, wenn das Ganze jetzt auch im Scoreboard angezeigt wird, in welchen Spielmonos man reingeht. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das ist auf jeden Fall so das größte Update. Und, äh, wie gesagt, das Scoreboard sieht auch mega geil aus, muss ich sagen. Ähm, und, äh, Clans wird es halt auch bald geben und so. Und mich würde es halt riesig freuen, wenn ihr dann einfach mal hier auf diesem Server vorbeischaut, wenn ihr einfach mal irgendwie ein bisschen, ähm, aktiv drauf zockt und so. Weil mir ist aufgefallen, wenn ich mal inaktiv wäre, das heißt, wenn ich mal ein paar Tage nicht auf diesem Server hier spiele, dann werdet ihr hier auch inaktiver, was ich ein bisschen blöd finde, so. Also, nur weil ich jetzt hier nicht drauf bin, dann ist es nicht, dass ihr hier jetzt nicht spielen müsst, so. Ich meine, ihr habt hier wirklich sehr gute Wahrscheinlichkeit, mit mir mal zu spielen, aber ihr solltet ja natürlich auch mal alleine dann spielen, so. Wäre natürlich nice, wenn ihr, ähm, ja, dann wie gesagt auch mal alleine, ähm, drauf ein wenig spielt mit euren Freunden oder so, weil wir uns natürlich viel Mühe für den Server hier gegeben haben. Wäre, wie gesagt, ganz nice, wenn ihr einfach mal hier drauf joinet. Friesel, yt.de ist die Domain, Leute. Einfach mal drauf joinen. Und, dass das momentan noch ein bisschen abfuckt ist, wenn ich einen hätte, dass da die ganze Zeit dieses Ambus-Geräusch kommt, da muss ich dann nochmal Woldexe sagen, dass er das bitte umändern soll, weil das regt wirklich gerade momentan ein wenig auf. Aber, da sollen wir uns jetzt nicht von unterkriegen lassen. Gut, ähm, ja. Sonst, soviel zu dem größten Updates hier auf diesem Server. Also, mega, mega cool, wie ich finde. Joint unbedingt mal hier auf diesen Server. Und, ähm, damit wir jetzt hier nicht die ganze Zeit, äh, hier rumlaufen und ich irgendwie noch was erzähle, gehe ich jetzt gleich noch in eine Runde Skyros auf den Play Infinity oder auf den Terrier-Server, muss ich mir noch anschauen, ähm, weil hier füllen sich momentan jetzt gerade keine Runden, weil es noch früh morgens ist. Ja, aber bitte joint mal drauf und schockt mal ein bisschen aktiv auf den Server. Wäre auf jeden Fall nice, Leute. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt noch gleich in einer kleinen Runde Skyros wieder. Bis gleich, Leute. So, Leute, wir sind jetzt hier in einer Runde Skyros auf dem Terrier-in.net-Server. Aber ich habe mich jetzt für Terrier-in entschieden, weil an diesem Samstagmorgen, wo ich das Ganze aufnehme, gerade, äh, ein paar wenige Leute auf Play Infinity sind und ein paar mehr auf Terrier-in. Aber nächste Runde wird wieder, oder beziehungsweise nächstes Video wird wieder auf Play Infinity sein, Leute. Nur, ähm, ja, ich habe ja auch das letzte Video auf Play Infinity gebracht. Nur deswegen dachte ich mir dann halt so, ja, dann nehme ich jetzt mal hier wieder eine Runde auf und so. Das letzte Video kam übrigens nicht so gut an. Ich glaube, das wurde einfach nicht in der Abobox angezeigt oder so. Weil, kann auch, das kam einfach nicht so gut an. Aber, naja, ist ja auch egal. Ich nehme jetzt ja wieder für euch auf und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dann natürlich wieder aktiver bleibt und so. Und, ähm, ja, aber nicht, dass ich mich jetzt beschweren will oder so, sondern, ja, es kam halt einfach nicht so gut an. Weiß ich nicht genau, warum. Entweder es wurde nicht in der Abobox angezeigt oder ich weiß selber nicht, warum. Naja, ist ja auch egal, Leute. Wir bauen uns jetzt einfach mal gleich zu den ersten Gegnern hin. Und ich habe noch so einen kleinen Verbesserungsvorschlag an das Terrier-in-Team. Und zwar, ähm, gibt es ja den Lapis-Rang dort. Und der Lapis-Rang kann ja VIPs Anik sehen. Und das fuckt halt schon ein bisschen ab, wenn man dann so in eine Runde geht, genickt und dann alle Leute immer so, also alle Lapis-Leute immer so deinen echten Namen reinschreiben, so. Ähm, weil dann trägt das Nicken halt null was und dann wird man halt auch getargetet durch die Lapis-Leute, aber auch eben durch die Leute, die dann eben wissen, dass ich das bin. Und das regt halt schon so ein bisschen auf, muss ich sagen. Andere Sache noch, wenn ich in der Aufnahme, wenn ich, wenn ich halt aufnehmen will oder in der Map forse und dann kurz vorher mir die Map weggeforst wird, das regt halt auch schon so ein bisschen auf, wenn ich dann in der Aufnahme nicht spielen kann, wenn ich nicht die Map spielen kann, die ich will, so. Also, ja, ich würde mich halt so wünschen, ich würde mir halt so wünschen für das, äh, für die Server-Zukunft sozusagen, dass einfach, ähm, die VIPs eine höhere Force-Map-Priorität haben und eine höhere Nick-Priorität. Das wäre einfach viel angenehmer so, weil, ich meine, das sind ja YouTuber so und eigentlich sollten YouTuber über allem, also über allem aus der Teammitglieder stehen. Aber, naja, ist ja auch nur so ein kleiner Verbesserungsvorschlag meinerseits. Nur, ja, ich finde so, ähm, wenn man schon mit seinen Videos, äh, die deutlich mehr Arbeit sind als 50 Euro in die Hand zu nehmen, wenn man dann schon mit seinen Videos, ähm, den Server supportet, dann sollte man auch irgendwie in gewisser Form, ähm, zumindest ein paar Vorzüge haben. Ich meine, wenn die die gleichen Rechte haben, schön und gut, aber dann sollte man zumindest eine höhere Priorität haben, so, finde ich so persönlich. Aber ist ja auch nur so meine Meinung, so soll jetzt kein Hate an den Server sein. Der Server ist trotzdem cool, ich spiele trotzdem noch aktiv drauf, ich werde trotzdem noch aktiv aufnehmen und so weiter. Ähm, ja, also, soviel zu dem Thema erstmal, Leute. Gut, ich würde sagen, ich halte mich jetzt erstmal voll und versuche den jetzt mal zu holen. Okay, da ist schon ein netter Dude hier. Ich, erstmal hier ein Geppel und dann müssten wir ihn bekommen. Okay, er laggt auch. Aber das tut mir leid an ihn. Sorry an dich, mate. Aber naja, wir haben ihn jetzt gekillt. Ähm, okay, wir haben hier noch einige Healpods und sogar noch eine Enderpearl. So, dann gucken wir uns mal hier. Okay, wir haben mega nice. Ja, okay, wir haben Dias, aber die brauchen wir halt eh nicht so. Ähm, dann werfen wir mal eben das weg, das weg und können uns hier sogar noch einen Healpot reintun. So, das passt, das passt. Nice, Leute. Gut, ähm, dann, okay, da oben ist einer. Dann schauen wir mal. Okay, er hatte sogar noch Eier. Das heißt, wir könnten ihn vielleicht sogar runter droppen. Okay, ich glaube, er hat es gesehen. Das war so dumm. Das war so dumm, was ich da gerade getan habe. Wir machen mal eben den hier und bauen uns dann mal eben nach oben. So, und dann versuchen wir ihn mal runterzuholen. Ah, er hat, er hat Kopf abgesetzt. Das, der ist nicht schlecht, der Dude. Der sollte sich mal Minecraft kaufen, wenn er schon so gut ist. No hate. So, da versuchen wir mal hier nach oben zu gehen. Aber der ist nicht schlecht. Was, äh, was, was ihn aber gerade ein bisschen schlechter macht, ist das Hochstacken. Ich gehe mal eben nach unten und versuche mal hier den Gäppel zu holen, den ich gerade übersehen habe. Oh, wow. Wie wäre es mal? Ah, nice. Okay, der kommt. Der kommt, Leute. Naja, ist jetzt gerade noch relativ unspannend hier diese Runde, aber ich werde jetzt einfach mal trotzdem nehmen, wenn die nicht allzu schlecht wird. Und, ähm, ja, wie gesagt, joint mal auf meinen Server. Wäre extrem cool so, ähm, damit wir da mal wieder ein paar aktive Spieler vollkriegen und so. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ich auch mal ein paar Tage nicht drauf bin, weil ich vielleicht mal PS4 spiele oder so, dann, ähm, zockt einfach trotzdem drauf, Leute. Ich werde den Server jetzt nicht mehr links liegen lassen. Ich habe den öfters links liegen gelassen, weil eben nicht so viele Spieler drauf gezockt haben. Aber das ist mir jetzt mittlerweile sowas von egal geworden. Ich werde das aber trotzdem weitermachen, auch wenn da jetzt nicht so viele Spieler drauf spielen, so. Nur, ihr würdet mich halt riesig motivieren, wenn ihr einfach mal dort, ähm, ja, ein bisschen drauf spielt und so. Das wäre mega, mega cool und so. Und, ähm, okay. Der Dude kommt hier runter und ich habe ihn runtergeschlagen. Nice auf jeden Fall. Kommt der hier noch. Das Ding ist, ich könnte jetzt hier natürlich eine Enderpearl nehmen, ne? Das Ding ist, ich brauche dann irgendwie was mit MLG und so. So, sonst wäre das ein bisschen blöd. So, oh mein Gott. Ja, als ob das so viel bringt, wenn er das machen würde. Ich erstmal hier einen Geppel und versuche jetzt hier mal so einen John Cena Move zu machen. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, Leute. Ja, oh mein Gott. Das war geil, Leute. Ich hätte zwar noch Couple of MLG gemacht, konnte es zwar nicht so schnell reagieren. Aber naja, das war auf jeden Fall nice, Leute. Dann würde ich sagen, GG an dieser Stelle. Und, ja, dann würde ich sagen, danke schön fürs Zusehen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wäre cool, wenn wir irgendwie so 35 Likes oder so wieder schaffen. Das war's für ein Video, Leute. Haut rein. Danke schön fürs Zusehen. Und ciao, Leute. Bis dann. Outro